Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. In der letzten Folge hatten wir versucht mit Kane mal wie der Satan eins auf die Mütze zu klatschen. Es hat aber irgendwie nicht funktioniert und heute geht es mal wieder weiter mit dem verfluchten Samson. So und gleich mal hier ein Keller XL. Schön schön. Auch hat was. Dürfen wir uns gleich mal auf die Suche nach zwei Schlüsseln begeben. Ace of Spades, die nehme ich mal mit. So, einmal hier nach unten. Oh, kommt mal her. Kann ich euch in die Luft jagen? Zwei zumindest. Schön. So, ich bin mal gespannt, ob ich heute den Fluch von Samson brechen kann. Eine Karte. The Tower. Kommt jetzt, gebt mir mal einen Schlüssel, ihr kleinen elenden Würmer. Ich brauche zwei Schlüssel für diese Ebene. So, jetzt du noch. Komm her. Eine Münze. Wow. Ähm, Opferraum. Nein, danke. Oh, kommt mal her, hier. Ihr, ihr, ihr Boden voll sauer, ihr. Oh, komm her, komm her. So, jetzt du. Schlüssel. Der erste von zwei. Ja, ähm, ich bin immer auf den Itemraum gespannt, ob wir diesmal mit Samson Glück haben. Auf ein gutes Item. Oh, der Odd Mushroom. Samson, das kleine Maschinengewehr. Weiter geht's. So, ich bräuchte eine Bombe, bitte. Ähm, hallo? Komm her. Schlüssel soll mir auch recht sein, aber eine Bombe wäre auch nicht, äh, ja, zu verachten. Nein. So. Das hier in die Luft jagen, das stört mich. Komm her, kriegst du mein Maschinengewehr. Komm her. So, Bombe. Sauber. Ähm, was hätten wir denn in diesem blauen Stein? Eine Bombe zurück, ein Rüstungssetz. Passt. So, ähm, einmal hier nach unten. Der nächste Itemraum. Komm her, hier. Komm her, hier. Komm mal raus hier. Hallo. Hallo. Oh. Oh, nett. Ähm, erstmal hier reingucken. Nein. Nein, der Quarshot. Spider-Bite. Ne, Mutant-Spider. Wie komme ich jetzt auf Spider-Bite? Und das mit dem Odd-Mushroom. Nicht schlecht. Und noch dazu mit Rage. Ähm, also wenn ich mich jetzt nicht ganz doof anstelle. Ähm, Judgment. Der Battler. Ähm, noch eine Karte. Justice. Komm her. Schlüssel. Bombe. Eine Münze. Dem Battler nehmen wir uns mit. Und das weiße Herz nehmen wir uns natürlich auch mit, sobald wir den Boss besiegt haben. So, was hätten wir denn hier oben noch? Zwei Spinnen. Äh, nö. Wow. Wow, zweimal. Ey, was ist denn jetzt los? The Fool. Ähm. So, eine Münze. Haben wir denn hier vielleicht noch einen Battlerraum? Nein, leider nicht. Wow. Schlüssel. Nehme ich mit. So, dann würde ich sagen, ich nehme mir meinen Battler wieder mit. Ähm. Wir haben nur eine Bombe. Das heißt, ich werde mich jetzt nicht auf die Suche nach dem Geheimraum begeben. Ich werde jetzt erstmal unsere beiden Bosse hier, äh, beiseite räumen. Widow. Ähm. Ich hoffe, der zieht mir nicht allzu viel ab. Oh. Ja, komm. Oh, komm. Geh sterben. Oh, jetzt du. Mehr Rage. Mehr Rage. Oh, ein HP Upgrade. Schön, schön. So, nächster Boss. The Blight of him. Der Gebleichte. Boah. Möge sich bitte meinem Quardshot stellen und sterben. Nö, komm. So. So. Und noch ein HP Upgrade. Sauber. Und wir holen uns natürlich auch noch das weiße Herz für das nächste HP Upgrade, das wir dafür in der nächsten Ebene bekommen. So, Kiste, zwei Münzen, eine Bombe. Ne, aber hier gibt es zu viele Stellen, an denen der Geheimraum sein könnte. Da hebe ich, da hebe ich, da hebe ich mir meine Bomben doch lieber auf, ab in die nächste Ebene. So, neue Herzcontainer. Neue Herzcontainer. Und wir haben nochmal Curse of the Labyrinth. Nein. Ja. Ja. Komm, geht einfach sterben. Ja, sobald der Quardshot hier mal sein Rage aufgebaut hat, ist es wirklich richtig gut. Ne? 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 noch eine bombe und so langsam bräuchte ich jetzt noch ein spacebar item ja dann wäre so so meiner meinung nach der run nicht schlecht wir haben hier bisher damage bekommen also den quadshot wir haben unsere rage für der match wir haben den otten mushroom für tiers ab und haben schon im prinzip drei neue herzcontainer warum nicht so jetzt erstmal auf die suche nach den itemräumen machen in der hoffnung auf bessere items oder auf noch bessere items und ich werde heute keinen epic fetus mitnehmen nein kommt geht einfach sterben so den kann ich mal mitnehmen ein blauer stein mit na super mit vielleicht dem small rock nein aber zwei rüstungsherzen soll mir auch recht sein ja genau einmal im kreis laufen bitte so nein aber gott der war fehl so komm geh sterben münze so nummer eins so einmal hier verstecken so und jetzt noch hier das farbige etwas na komm schon nein noch mal ein herz nein danke die war auf babylon mal wieder ob mir die gefallen mag ich weiß es nicht naja naja so einmal hier um die fliegen kümmern um ein bisschen mehr rage zu bekommen so jetzt kommst du dran so schlüssel weiter geht's wo hat sich denn der jetzt wieder hin geschossen so zweiter item raum homing shots telepathie für dumme tja so kommen wir hier hier nein kein geheimraum die war ein bisschen zu weit oben hier vielleicht nein hier vielleicht jawohl ich brauche ein paar münzen ach ja den bobs rotten hat nehme ich doch mal mit ist auch so ein kleiner damage output den wir mal haben und ich bräuchte münzen ich hätte auch mal die truhe hier mitnehmen können aber naja na ja oh gott da kam der rage genau richtig na komm her gib mir mal ein bisschen was von deinem rage ab oder von meinem rage ja der quad shot ist nicht schlecht so einmal hier rein nein oh komm 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 Familien gold missing page hätte ich nicht gerne ich würde gerne hier weiter das sind so auch ein paar nervige gegner in meinen augen ach komm geht auch endlich sterben münze und schlüssel na klar und das ganze noch mal erst mal hier um die kleinen kümmern um ein bisschen mehr damage zu bekommen so und jetzt du kiste galt nein eine pille friends till the end und hier böse pille die tiers ab noch mehr tiers sauber ja und auch noch der fistula die fistula das fistula kommt die sterben so schlüssel rüstungsherz was wir in diese ebene schon wieder rüstungsherz verloren haben ist nicht gerade feierlich ich habe ja hier immer noch den bettler aber ich traue mich den mit neuen münzen noch nicht zu aktivieren so ein bisschen mehr rage so ist es recht dankeschön die sterben kiste münzen 2 reicht immer noch nicht reicht mal nickel oder ein dime oder irgendwie sowas spiel sei nicht so geizig mit den münzen okay ich darf mich nicht beschweren ich habe hier mittlerweile echt schon gute items bekommen hat rollbombe so jetzt du noch bombe ich nehme ich nehme ich nehme den bettler mal mit und wir bekommen ich habe stopp schreibt ja auch mal hier um die kleine kümmern für ein bisschen mehr rage eine münze am ein konto gibt mal sterben So Komm, gib mir mal noch ein, zwei von deinen kleinen Viechern Möchtest du nicht? Nein? Dann stirbst du eben so HP Upgrade Nehme ich natürlich mit, ab zum nächsten Boss Ach nee, nicht Piep So, komm her Bei dem kann ich hier mein Rage Item nicht auffüllen Oh Gott Aber der Damage passt trotzdem So Der hat natürlich mal wieder nicht getroffen Aus welchen Gründen auch immer So, da kannst du gern mal Bleiben, wollte ich gerade sagen Nein Oh Gott Ja Nein Oh, da kommen wieder die Augen Nein Oh Gott Könntest du bitte mal aufhören Oh Gott Zu springen und sterben Komm, stirb So Die Krone für ein bisschen Geld Die nehme ich natürlich mit Dann kann ich in der nächsten Ebene Hier gleich mal meinen Bettler auspacken Wow Das waren jetzt im Prinzip nacheinander Zwei XL Ebenen Vielleicht noch eine dritte Nein, mein Game hängt erstmal wieder Warum auch nicht Ah, da geht jetzt mal weiter Ja, Curse of the Labyrinth So, Bettler Komm, gib mal her Schlüssel Komm, gib mir mal was Anständiges Wheel of Fortune Lord Ach komm, ich nehme es mal mit Sind wir zwar ein bisschen langsamer Aber ich denke, es geht immer noch Noch mehr Geld Das heißt Ein Shop würde sich auch bald lohnen So, mehr Rage Du kannst deine Monster hier gleich mal behalten So, du noch Komm, geh sterben Was haben wir denn hier? Oh, nett Ich glaube, ich nehme den nochmal mit Um hier meinen Bobs Rottenhead mal zu rerollen Ähm Ne, mal warten Mal warten Kein schöner Raum Oh Gott So, ich brauche ein bisschen mehr Rage So, genau Einmal in die Richtung, bitte So, und jetzt du da unten noch Dankeschön So, ich bin mal einfach so frei Und werde hier aufspringen Der Rusted Key Und zweimal gehängter Greed Den hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr Oh, mal hier schön im Kreis laufen So, Nummer 1 ist down Nummer 2 auch Jetzt noch um die Fliegen kümmern Und war das hier nicht Und war das hier nicht? Hier ist ab Sauber Ja, warum nicht? Mit dem Quadshot nehme ich das gerne Oh Gott Oh Gott Da hätte ich mich doch beinahe mal wieder treffen lassen Oh, komm mal her, du Geh sterben Kleiner Wurm Ja, ein Herz Moment, der Würfel ist fertig Mal hier so lange rerollen, bis ein gutes Item kommt Hatten wir schon mal Auch nett So, leider keine Bombe für diese Truhe Äh, genau Aber hier bekommen wir zwei Bomben Ja, komm Oh Gott Nein So, geht sterben Dann werde ich mal die Kiste noch kurz Kiste sein lassen Nein Nein Oh Gott Oh, komm her Was hätten wir denn hier unten Einmal goldene Kacke Au Na komm Geh sterben, Fliege Au Der war fail